In dem Abend war das Spiel Deutschland gegen Saudi-Arabische Emirate oder sowas, was Deutschland, glaube ich, 5-2 gewonnen hat oder so. Und danach wollten wir eigentlich noch mal nach Sachsenhausen fahren, ja. Und der Tremi, der hat gar keinen Bock gehabt, der wollte die ganze Zeit gar nicht mit. Dann haben wir ihn noch überredet, komm, geh mit und so, zack, alles ist auf, schön, machen wir eine Party. Und dann sind wir losgefahren, sind halt in die Schneibe reingefahren und ohne irgendeinen Grund, ohne dass jetzt irgendwas war, hat er ein Messer in die Brust reingestochen bekommen von so einem Bundeswehrzeitsoldaten, von so einem Vollidioten, mit so einem riesen, was weiß ich, Messer, ja. Und, ja, ich habe Tremi nur noch gesehen, wie er wankend zum Ausgang ist, ich habe ihn in den Arm genommen und dann ist er in meinem Arm gestorben. Die Zeit halb unten noch, ich denke, auch, dass ich, ganz egal, wo du auch bist, du weißt, ob du dir gehst. Irgendwann sehen wir uns wieder in meinen Träumen, in unseren Liedern. Nur die Bärchen sterben jung, 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 jung. Aber nach seinem Tod und nach der Beerdigung vor allen Dingen, bin ich total aus dem Ruder geraten und habe mir all die Birne zugeschossen, wie es nur geht, mit allem und so viel wie möglich. Und das ging halt ein paar Jahre ganz schlimm. Vorher haben wir auch schon immer Blödsinn gemacht, aber nie auf irgendwas süchtig gewesen oder so. Da war es dann halt richtig schlimm. Da war ich auf allem drauf, ja. Alles genommen und das massenweise. Oh, wir haben Musik. Oh, wir haben mich auch gegeben. mich was. Ich hab noch geê来了. Oder wir haben sie erschutes.